Moines Leute und willkommen zurück zu einem neuen My Hero Academia with Strongest Hero Video von mir und diesmal haben wir etwas ganz besonderes. Wir haben unseren ersten Featured Recruitment Banner, beziehungsweise eigentlich haben wir den zweiten, denn wir haben ja aktuell schon einen Special Banner mit Momo. Aber neben Momo sehen wir hier auch den ersten Limited Time Banner und das ist All Might. Ziemlich, ziemlich früh im Game, also man merkt, die wollen hier erstmal schon direkt zum Start hoffen, dass die Spieler sehr viel Geld ausgeben, glaube ich. Denn wir haben ja schon überhaupt durch den Start viel Geld, viele Spieler zumindest da draußen viel Geld ausgegeben, aber er ist jetzt der erste Limited Time Banner. Bedeutet, falls ihr All Might haben wollt, ist nur jetzt eure Chance. So ein Banner bedeutet, dass er nicht dauerhaft verfügbar sein wird, wie jetzt beispielsweise der Klasse 1a oder der Support Card Sniper Banner. Deswegen empfehle ich auch immer, da diese Banner dauerhaft verfügbar sind, nicht in den zu ziehen, sondern genau auf diese Banner zu warten, auf Banner wie All Might. Jedoch müsst ihr euch jetzt trotzdem überlegen, wollt ihr jetzt All Might schon ziehen oder wollt ihr noch nicht ziehen? Und ich möchte mit diesem Video so eine kleine Hilfe geben als Stütze, ob ihr hier drin ziehen solltet, ja oder nein. Einfach nur, damit ihr wisst, für euch selber, ey, ihr möchtet da drin ziehen. Falls ihr euch fragt, ey, yo, Sonius94 ziehst du in den Banner? Ja, ich werde definitiv in den Banner ziehen, aber ich werde wahrscheinlich noch nicht in der ersten Zeit ziehen, da ich noch versuchen möchte, Aizawa zu kriegen, ohne meine Coins, beziehungsweise ohne Einkäufe in die Aizawa-Challenge zu stecken. Dementsprechend quasi Free-to-Play Aizawa. Ich gebe zwar Geld aus, aber die Coins, wie gesagt, werde ich alle nicht in Aizawa stecken, die ich daraus kriege, aus dem Geld, was ich kriege, beziehungsweise aus dem, was ich ausgebe. Von daher, meine Puls wahrscheinlich erst irgendwann Anfang Juni, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich werde dazu nochmal ein gesondertes Announcement machen. Oder ihr folgt mir einfach jetzt schon auf twitch.tv slash Sonius9494, dann verpasst ihr das Ganze nicht. Aber jetzt zu euch. Solltet ihr hier dran pullen, hier zu Momo habe ich das schon gesagt, nein, da ihr genau auf sowas wartet. Das Ding mit All Might, beziehungsweise wenn ihr auf so einen Limited-Time-Banner pullt, ist nämlich, dass die Charaktere ja verschiedene Qualitätsstufen haben. Und das muss man sich einfach so ein bisschen bewusst werden, wenn man auf einen Charakter pullt, wenn man sich überlegt, wie viele Coins möchte man wie lange ansparen. Denn wenn wir auf die verschiedenen Qualitätsstufen schauen, dann wissen wir, ey, ihr kriegt den Helden erstmal auf dem S-Rang und danach könntet ihr rein theoretisch durch die ganzen Dinger hier den S-Rang-Charakter auf den SS bringen, denn auf dem SS 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 und ich glaube danach gibt es noch, ist das schon das Maximum? Vielleicht ist auch schon das Maximum SS SS gibt es dann für euch zu erreichen. Und dafür braucht ihr natürlich viele Kopien von einem Charakter, wenn ihr einen Helden SS SS haben wollt. Und jetzt müsst ihr euch die Frage stellen, wollt ihr nur eine Kopie von All Might? Oder wollt ihr eure Coins lieber in Zukunft aufbewahren, damit ihr irgendwann mal einen Charakter vielleicht zumindest auf SS SS bringen könnt oder gar auf SS SS und dann einfach das Maximum aus einem Charakter rausholen könnt? Und ich finde, das ist auch so ein bisschen die Main-Frage für euch. Der Vorteil daran, wenn ihr einen Charakter nur auf einem S-Rang habt, ist, dass ihr ihn sofort im PvP spielen könnt. Das bedeutet, wenn euer einziges Ziel hier die Arena ist und da ein bisschen zu spielen und mit möglichst viel Vielfalt verschiedenen Charakteren hier reinzugehen, dann, klar, Pult für All Might. Er ist super für PvP, er ist ein super Charakter und es reicht ihn auf S zu haben, es reicht eine Kopie zu haben und ihr könnt reingehen. Und selbst, wenn ihr jetzt nur irgendwie eure 5000 Coins habt oder ähnliches, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich habe ja schon ein paar Free-to-Play-Coins ausgegeben für Stamina irgendwie, von daher wahrscheinlich habt ihr eher 7000, 8000, vielleicht ein bisschen mehr, wenn ihr jetzt alles angespart habt und noch nichts ausgegeben habt, die könnt ihr hier auf jeden Fall reinhauen. Und es ist dann ja auch so, dass ihr ihn zwar erst nach 100 Pulls garantiert kriegt, aber ich habe einfach mal zum Testen geguckt, ey, was passiert, wenn ich im Momo-Banner hier einen Pull mache und jetzt, wo der All Might-Banner da ist, hat sich das Ganze übertragen. Bedeutet, wahrscheinlich wird es auch in Zukunft so sein, dass wenn ihr jetzt All Might nicht kriegt, ihr dann wenigstens euren Pity beibehaltet für die zukünftigen Featured- oder Limited-Time-Banner. Bedeutet, ihr könnt jetzt versuchen, All Might zu ziehen, entweder ihr seid happy und habt ihn am Ende des Tages für PvP oder ihr gebt Geld aus und kommt natürlich bis zum 100 Garantierten, aber falls ihr Free-to-Play seid, könnt ihr dann auch sagen, ey, vielleicht kriegt ihr mit euren Coins, ihr habt All Might nicht, denn seid ihr vielleicht ein bisschen traurig, spart für den nächsten Limited-Time-Banner und seid ihr im Pity-System einfach schon bei 30 von 100, anstatt, dass ihr dann wieder bei 0 von 100 anfangt, was eigentlich ein ganz cooles Feature ist. Bedeutet, jeder, der ihn für PvP haben will, ja, sollte in diesen Banner ziehen. Nee, aber für den Fall, dass ihr eher auf PvE-Fokus konzentriert seid, beziehungsweise auf PvE-Content oder auf Super-Koop-Battle, denn bei Super-Koop-Battle braucht ihr auch mehrere Kopien, aber falls ihr auf Solo, auf Timed-Events, auf Koop und sowas fokussiert seid, lohnt sich zwar so ein All Might jetzt für den Start auch, da ihr wahrscheinlich viele Charaktere erst nur auf S vielleicht, jetzt schon den ersten auf SS haben werdet, aber auf Triple-S seid ihr wahrscheinlich noch weit weg von, von daher kann es sich für den Anfang lohnen, All Might zu ziehen, aber langfristig seid ihr natürlich happier, wenn ihr vielleicht mal so viele Coins angespart habt, dass ihr einen Limited-Time-Banner direkt auf Double-S bringen könnt, dafür braucht ihr direkt zwei, beziehungsweise drei, glaube ich, drei Charaktere von denen, bis zu 300 Puls oder für Triple-S, dann braucht ihr nochmal ordentlich was dazu, ich glaube nochmal vier weitere oder sowas, insgesamt für das Maximum hat mein Streamer C braucht man zwölf Kopien von einem Charakter, zwölf Kopien von einem Charakter, das wären einfach 1200 Puls, klar, das spart man jetzt nicht so schnell an, also im Worst-Case wären es 1200 Puls, ich denke mal nicht, dass ihr zwölfmal hintereinander die 100 Puls brauchen werdet für euren Charakter, wenn doch, hasst euch das Game natürlich komplett, aber ansonsten könnt ihr natürlich erstmal länger Coins sparen, so, dass ihr zumindest einen Charakter auf Double-S bringen könnt, oder dass ihr vielleicht Double-S plus schon mal in das nächste Stern wird, beziehungsweise so ein paar Puzzleteile weiter aufmachen könnt, irgendwie sowas in die Richtung wäre natürlich eine super coole Funktion, wenn ihr euch eure Coins für Solo, Coop und Timed aufbewahrt, und wenn ihr euch sagt, ey, ihr spielt PvP, ihr spielt ab und an PvP, klar, pullt all might, wenn ihr sagt, ey, ihr wollt es nur jetzt ein bisschen ausprobieren, das Game, wisst auch gar nicht, ob ihr ein Jahr spielt, sondern spielt eher nur einen Monat, klar, pullt all might, dann habt ihr ihn wenigstens für den Monat, und er reicht auf S-Rang-Qualität vollkommen aus für den Monat, ihr braucht ihn ja nicht irgendwie jetzt plötzlich genau in diesem Moment schon auf Triple-S, auch wenn es mit Sicherheit Menschen gibt, die so viel investieren werden, da bin ich mir sicher, aber für euch und euren ganz entspannten Fortschritt jetzt zum Start, reicht es wahrscheinlich, wenn ihr ein All Might habt, und dann habt ihr einen super starken Charakter, von daher, das ist so meine Meinung dazu, achtet einfach auf euch selber, was ihr wollt, wollt ihr irgendwann einen super starken Charakter, spart eure Coins, wollt ihr jetzt etwas für PvP, pullt all might, wollt ihr das Game noch ein bisschen austesten, beziehungsweise seid happy mit einer Kopie, pullt all might, das ist so das, womit ich gehen würde, wie gesagt, ich kann euch hier in diesem Video keine finale Lösung geben, ja, pullt auf jeden Fall für ihn nur eine Kopie, nein, pullt auf gar keinen Fall mit euren Free-to-Play-Coins, das ist komplett euch überlassen, und ich glaube, wie gesagt, jeder, der Arena spielt, sollte das machen, ich werde auf jeden Fall auch pullen, wie gesagt, ich bin eh Pay-to-Play, aber auch als Pay-to-Play, wenn ich jeden Charakter haben möchte, gehe ich halt diesen schlechten Schritt, dass ich den Charakter nicht auf Triple S irgendwann mal bringen kann, und deswegen muss ich mir auch irgendwann überlegen, ob ich Charaktere überspringe oder nicht, aber es ist all might, und dann kommt wahrscheinlich irgendwann eine Zukunft von Endeavor, und es wird eine ganz schwierige Entscheidung mit den Limitide-Time-Banner, da werden noch viele coole Charaktere kommen, ich bin mir sicher, viele Bösewichte und ähnliches werden da noch reinkommen, und natürlich wahrscheinlich auch viele, ja, Schulleiter und andere Lehrer, ich bin sehr gespannt über die Limited-Time-Banner in Zukunft, aber am Ende des Tages, wie gesagt, überlegt es euch, spart eure Coins auf, für einen richtig starken Charakter, oder pullt für einzelne Charaktere für die Arena, oder pullt einfach so, wie ihr lustig seid persönlich. Genau, das ist eigentlich alles, was ich zu all might sagen wollte, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch, und das war's von mir, eurem Sonius94. Das war's von mir, eurem Sonius94.